Hallo, jetzt kommt zu einem neuen Part von Watch Dogs Folge 23. So. Muss ich noch zwei Sachen ausschalten? Äh, einschalten? Ah, mamma mia. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blumenwolder so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du siehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine hier nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich fuhre weiter. Die Generatoren sind dahinten. Ich hecke das Tor. Ich hecke das Tor. Oh, da ist was anderem, ne? Oh, okay. Ich halte dich nicht. Oh, da ist es nicht. Oh, da ist es gut. Ich habe meine Mitle. Ich mache mich nicht. Oh, da ist nicht mal eine kleine Zauberfläche. Ich habe meinen Reinhardt. Das war's für heute. Ich muss da irgendwie reingucken. 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 So, aktivieren wir das erstmal. Ich muss da irgendwie reingucken. Ich hab wieder lacht. So, Nummer zwei. No, 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 no. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermachle, gebe ich meine Hacker-Karte ab. Du hast tatsächlich eine Hacker-Karte? Bring uns rein. Vielleicht trägt mich wie die eines Tages. Ich arbeite. Die Generatoren sind da hinten. Ich hecke das Tor. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo warten eben die Kamera? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für diese Folge, bis zur nächsten Folge, Tschüss!